Meine Damen und Herren, heute ist die 50. Folge des ZDF Magazin Royale. Wir haben ein kleines, großes Jubiläum. Der Intendant des ZDF hat persönlich jeder Mitarbeiterin eine Badewanne voller Dankeschön-Gambas spendiert. Aber wir wollen heute mal aus Anlass unseres Jubiläums nicht immer nur nehmen, sondern auch mal was geben. Wir verschenken heute in dieser Sendung einen Sommerurlaub. Heute können Sie hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio Ehrenfeld, in Köln-Ehrenfeld, eine tolle Traumreise gewinnen im ZDF Magazin Royale für zwei Personen. Nach Kreta, das Wangerooge des Südens, eine Reise im Wert von über 2000 Euro. Schauen Sie mal, das können Sie gewinnen. Kalimera Kreta. Steigen Sie ein und lehnen Sie sich zurück, denn das ZDF Magazin Royale und TUI fliegen Sie und Ihre Lieblingsperson auf Griechenlands größte Insel. Eine Woche türkisblaues Meer, Palmen, Olivenbäume, traumhafte Sandstrände und Sonne satt. Das Vier-Sterne-Agapi-Beach-Resort lässt keine Wünsche offen. Langschläfer-Frühstück und Drinks an der Strandbar all inclusive. Kreta, da wo Schildkröten und Delfine sich die Flosse geben. Eine Traumreise nach Kreta im Wert von über 2000 Euro, powered bei ZDF Magazin Royale und TUI. Weil bald Sommer ist, auch wenn es heute vielleicht stürmt und regnet im Westen des Landes. Aber bald ist Urlaubszeit. Wir brauchen alle mal Entspannung. Wir müssen mal weg mit den Sorgen und diesen ganzen schweren Gedanken. Gleich geht's los mit unserem großen Urlaubsquiz. Meine Damen und Herren, wo fahren Sie dieses Jahr hin? Wo fahren Sie hin in diesem Jahr in den Urlaub? Nach Mallorca, Kassel oder in weißen Leinenhosen nach Mykonos? Oder nach Antalya all inclusive mit Haartransplantationen? Oder sagen Sie sich... Ich habe vor, auf den Malediven das Tauchen zu erlernen. Gute Idee, Opa. Mach doch eine Kreuzfahrt. Hier. Eine Kreuzfahrt. Ich habe das Ticket schon gebucht für mein Schiff. Wenn ich auf meinem Schiff bin, fühle ich mich frei und geborgen. So schön, die blaue Weite. Ein feines Kribbeln. Dieser kleine Tick extra Liebe. Überall. Hier wird für mich an alles gedacht. Entdecke dein Mein-Schiff-Gefühl. Ja, auf meinem Mein-Schiff. Da fühle ich mich frei und geborgen gleichzeitig. Völlig losgelöst, aber auch ganz fest umarmt. Beides gleichzeitig. So ein bisschen wie beim ZDF, nur halt im Urlaub. Meine Damen und Herren, dieses feine Kribbeln im linken Arm. Dieser kleine Tick extra Liebe in den Ferien. Das wollen Sie auch? Dann kommen Sie doch einfach mit an Bord eines echten deutschen Urlaubsgiganten. Ahoi bei TUI. TUI ist der große deutsche Urlaubskonzern. Hier, der mit dem Grinse-Logo. TUI ist der größte Reisekonzern der Welt. TUI hat Hotels, Flüge und Kreuzfahrten im Angebot. Über 50.000 Menschen arbeiten bei TUI. Und wenn nicht gerade Corona ist, genießen jedes Jahr 27 Mio. Leute ihren Urlaub mit TUI. Und einer oder eine von denen könnten Sie sein, meine Damen und Herren. Oder Sie, oder Sie, oder Sie da vorne in Reihe 1 aus Finnland. Eine TUI-Reise für 2 Personen. Nach Kreta spendieren wir dem Gewinner oder der Gewinnerin von unserem traumhaften Urlaubsquiz heute. TUI, UI, UI, UI. Das traumhafte Urlaubsquiz. Ja, wer gewinnt heute einen tollen TUI-Traumurlaub nach Kreta? Im Wert von über 4.000 Mark. Wir haben unsere drei Kandidatinnen soeben per Zufallsgenerator ausgewählt. Noch wissen Sie nichts von Ihrem Glück. Heute um einen tollen Traumurlaub spielen. Marion, Marion, du bist dabei. Lennart Simon, Lennart Simon, du bist dabei. Und Lara, du bist dabei. Kommt runter. Stellt euch hier zu mir an die Ratepulte. Hallo Marion, grüß dich an das äußere Pult, bitte. Lennart Simon, hallo, in das mittlere Pult, bitte. Nehmt die Masken ab. Hallo Lara, an das äußere Pult. Das sind unsere Kandidaten. Großen Applaus nochmal für die Marion. Marion, wo kommst du her? Dortmund. Marion aus Dortmund. Lennart Simon, ein schöner Doppelname. Wo kommst du her? Auch aus Dortmund. Auch aus Dortmund. Und Lara, wo kommst du her? Aus Bergheim. Bergheim, Dortmund, Dortmund. Gleich geht es in einem Traumurlaub hier bei... Tuijui, das traumhafte Urlaubsquiz. So, bleibt da. Ich komme gleich wieder zu euch. Erstmal nur noch ganz kurz vorab, was zu Tui, mit denen einer von euch oder ein Näh von euch in den absoluten Traumurlaub abheben wird. Tui ist ein riesiger Konzern. Tui ist eine riesige deutsche Firma. Tui hat für jede Art von Urlaub eine andere Marke am Start. 1, 2 Fly, Airtours, L-Tour, Robinson Club, Hapagloid Cruises, Gbeko, Tui Fly, Tui Blue, Tui Magic Life. So viele tolle Urlaubsmarken von Tui. Da reicht Smilen nicht mehr aus. Da muss gelacht werden. Heute präsentiere ich euch wieder eine Lachübung aus dem Lach-Yoga, und zwar die Lachblüte. Stellt euch vor, ihr habt hier eine Blüte. Und wenn die Blüte sich öffnet, lacht ihr lauter. Und wenn sie sich wieder schließt, leiser so. Ja, das dank Tui, alle lachen und smilen, das haben wir ihm hier zu verdanken. Fritz Jussen, Vorstandsvorsitzender der Tui-RG. Komm, ey, Fritz, mach auch mal die Lachblüte. Tui is all about discovering your smile. And I think that's not only for customers, this is also for our people, also for me personally. Hahahaha. And for me personally, finde ich es am spannendsten, dass Fritz Jussen nicht nur Kerosin und Schweröl im Kopf hat, sondern auch die Armen und Schwachen. Mit der Tui Care Foundation. Die hilft gerade mit Spenden an UNICEF, ukrainischen Familien in Putins Kriegsgebiet. Und nicht nur das. Wow, die Tui Care Foundation unterstützt Umweltprojekte für Schildkröten. Wow, Ukraine und Schildkröten. Hauptsache was mit Panzern. Wow. Merkt euch das gut. Schön, merkt euch das gut. Könnte relevant sein, gleich für Tuiuiui, das große Urlaubsquiz. Aber könnte auch nicht relevant sein. Ich bin, weiß ich nicht, bin schlecht vorbereitet. Keine Ahnung. Aber süß, ist das nicht mega süß? Diese kleinen Schildkröten. Über 2,1 Millionen von diesen kleinen Rackern hat die Tui Care Foundation schon gerettet. Hat denen ein sicheres Schlüpfen ermöglicht. 2,1 Millionen. Allerdings, die Tuiui kann nur deshalb heute Schildkröten retten, weil sie selbst gerettet wurde. Von uns. Tuiui wird mit Rettungspaket vor der Pleite bewahrt. Der Staat stützt Tuiui mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro. Unsere 4,3 Milliarden Steuereuros retteten Tuiui vor der Insolvenz in der Corona-Pandemie. Das heißt, mein Schiff ist also wirklich mein Schiff. Tuiui gehört Deutschland. Und, das wissen die wenigsten, an Tuiui hängt auch ganz viel tolle deutsche Geschichte. Vor 20 Jahren, das ist völlig in Vergessenheit geraten, hieß die heutige Tui-AG nämlich noch ganz anders. Und zwar Preussack. Preussack. Die Preussack AG gegründet 1923. Die Preussack AG hat Geld verdient mit Kohle, Erdöl und Stahl. The Big Three. Die Preussack AG hat außerdem gemacht, was echte deutsche Traditionsunternehmen eben so gemacht haben. Die Bomben, die am ersten Kriegstag auf Polen fielen, stammten aus einem Preussack-Werk. Man verdiente gut am Geschäft mit dem Tod. 1943 erzielte die Preussack den höchsten Gewinn ihrer Geschichte. Ja, aber stopp, bevor Sie jetzt vorschnell urteilen, Tuiui ist in Deutschland natürlich nicht alleine mit einer schwierigen Vergangenheit. Preussack, aber Preussack kann man nix, Preussack kann man im Grunde genommen nix vorwerfen. Beim Nationalsozialismus haben ja damals irgendwie alle mitgemacht. Und wichtig ist ja vor allen Dingen, dass man als Unternehmen was daraus gelernt hat, ein Learning hatte und nach 1945 sofort aufgehört hat mit der Scheiße. Der deutsche Preussack-Konzern soll dem Irak demnach tonnenweise Chemikalien für die Herstellung von Nervengas geliefert sowie beim Bau von Kampfstoffanlagen geholfen haben. Hä, was? Erst Nazi-Bomben auf Polen von Tui und dann Chemikalien für die Herstellung von Nervengas in den Irak? What? Es war der schlimmste Giftgaseinsatz seit dem Ersten Weltkrieg. 1988 wurde die irakische Stadt Halabja bombardiert von Saddam Husseins Armee. Der Diktator wollte ein Exempel an der kurdischen Minderheit statuieren. Am Ende erstickten etwa 5000 Menschen qualvoll. Fast ausschließlich Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder. Moment, Moment. Also Tui, formerly known as Preussack, soll in den 80er-Jahren Chemikalien für Nervengas an Saddam Hussein geliefert haben? Das war natürlich nur ein Versehen. Niemand bei Tui Preussack wusste natürlich damals, was Saddam Hussein vorhatte. Das war eine einmalige Spontansache, oder? Tui soll laut unterschiedlichen Quellen Vorläuferprodukte für die Gase Tabun und Sarin in den Irak verkauft haben. Und obendrein noch Teile der Anlagen, in denen daraus Giftgas gemacht wurde. Es wurde zwar immer behauptet, dass in diesen Anlagen Mittel zur Schädlingsbekämpfung hergestellt wurden, aber wir können davon ausgehen, dass der Preussack AG bewusst war, wofür sie wirklich eingesetzt werden sollten. Hm, Schädlingsbekämpfung gegen Menschen einsetzen. Das ist gelebte deutsche Tradition bei der Preussack-Tui AG. Und genauso typisch deutsch geht Tui mit der Preussack-Vergangenheit heute um. Man hat irgendwie nichts gewusst. Und wenn was scheiße lief, dann waren nur ein paar einzelne Mitarbeiter schuld, sagt Tui auf unsere Anfrage. Hier, das ist die Antwort von Tui. Machen Sie mal einen Screenshot. Zusammengefasst steht da, wir haben von nichts gewusst letztlich. Unter anderem gegen drei ehemalige verantwortliche Preussack-Mitarbeiter gab es dann auch ein Verfahren. Im Juni 1996 wurden sie schließlich vom Landgericht Darmstadt wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz zu Bewährungsstrafen verurteilt. Aber Preussack-Tui, Preussack-Tui selber ist praktisch unschuldig. Discover your smile. Ich kenne das selber auch ganz gut. Mitarbeiter sind echt schlecht fürs eigene Image. Und wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, das ist das Tolle, kann man als Unternehmen zum Glück einfach mal komplett die Branche wechseln und sich einen neuen Namen geben. Wie die Preussack AG 2002. Die schmuddelige Preussack AG hat sich einfach komplett umbenannt in Tui und komplett die Branche gewechselt. Weg von den düsteren Geschäften, ab in die Sonne. Discover your smile. Einfach lachen und smilen und den ganzen Mist von früher vergessen. Also Tui kann das, aber nicht Aras Abid. Der hat den Giftgasangriff von Halabja überlebt und 2018 gemeinsam mit anderen Opfern eine Schadensersatzklage gegen Tui eingereicht. Giftgas, Krieg, Saddam Hussein, das macht extrem schlechte Laune. Könnt ihr mir nicht irgendwie wieder niedliche Reptilien im Wasser zeigen? Vielleicht mal irgendwas ein Süßes? Oh ne, nicht die, nee. Nee, irgendwie süße Babyschildkröten vielleicht? Oh ja, da kommt wieder direkt Urlaubslaune auf, oder? Tui, Jui, 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 das traumhafte Urlaubsquiz. Wissen Sie, wo es richtig viele Schildkröten gibt? Natürlich auf Kreta. Und dorthin geht unser toller Tui Preussack. Traumurlaub für zwei Personen, für die Gewinnerin von Tui, Jui, 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 das traumhafte Urlaubsquiz. Es gibt drei Spielrunden, alles Schätzfragen. Und wer mit seinem Tipp am nächsten dran liegt, der kriegt drei Punkte. Wer am zweiten nächsten dran liegt, kriegt zwei Punkte. Und wer am weißen Weg, kriegt nur einen Punkt. Und, nee, nicht Punkte, sondern wir haben stattdessen, der bekommt drei, zwei oder ein echte Schildkröteneier. Echte Schildkröteneier. Wer nach den drei Runden die meisten echten Eier hat, der gewinnt die tolle Traumreise. Ist das soweit klar? Marion, Lennart-Simon und Lara? Alles klar. Dann würde ich sagen, geht's los. Und wir haben jetzt die erste Frage. Ihr müsst schätzen und die Antwort auf die Tafel, die vor euch liegt, bitte aufschreiben. Also Spannungsmusik, okay. Dann kommt die erste Schätzfrage. Wie hoch ist die durchschnittliche Wassertemperatur im Oktober auf Kreta? Wie hoch ist die durchschnittliche Wassertemperatur im Oktober auf Kreta? Bitte in Celsius, nicht in Fahrenheit. Und überlegt mal. Lara, Spergheim, Marion aus Dortmund und Lennart-Simon aus Dortmund. Und es ist, würde ich sagen, vorbei. Ist jetzt vorbei. Marion, du bist die erste Kandidatin. Was glaubst du, wie ist die durchschnittliche Temperatur? 20 Grad. Warum kommst du auf 20 Grad? Ja, ist doch schön. Was hast du für einen Grund? Okay, 20 Grad. Lennart-Simon? Ja, ich habe 21. 21 Grad. Wieso, warum hast du bei Marion geguckt und sagst einen mehr? Ja, ich dachte, ein bisschen Abstand, damit es nicht so aussieht, als würde ich abgucken. Okay, und Lara, was glaubst du? 19 Grad. 19 Grad. Die durchschnittliche Wassertemperatur im Oktober auf Kreta hingegen ist, haltet vielleicht mal kurz die Schilder alle hoch, damit man das sieht. Die durchschnittliche Wassertemperatur ist 23 Grad. Also, ein Applaus für unsere Nummer 1, Lennart-Simon. Du bekommst drei Schildkröten-Eier. Schau mal, von Moritz, unserer Schildkröte. Du darfst dir, was hast du aufgeschrieben? 19 Grad, du kriegst nur ein Ei. Und die Marion darf sich zwei einnehmen. Und die Eier bitte hier vorne in diese durchsichtige Röhre, die aus Schildpad hergestellt wurde. So, und dann sieht es also nach Frage 1 so aus, dass der Lennart-Simon in Führung liegt. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Wer gewinnt den tollen TUI-Traumurlaub für zwei Personen? Gleich geht es weiter bei... TUI-JUI-JUI-JUI, das traumhafte Urlaubsquiz. TUI, ein vorbildliches deutsches Wohlfühlunternehmen mit einer spannenden Vergangenheit. Und, das ist das Tolle, mit einer leuchtenden Zukunft. Denn TUI ist Vorreiter in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit. TUI Cruises setzt an Bord von sechs der sieben Schiffe auf Nachhaltigkeit bei der Innenausstattung. Und auch seinen Wasser- und Stromverbrauch kann der Gast an Bord der Main-Schiffflotte selbst bestimmen. So kann er den Bettwäsche-Wechsel aktiv stoppen. Aktiv den Bettwäsche-Wechsel stoppen? Wie früher in der WG mit meinen Jungs. Aber ist doch toll, in sechs von sieben Schiffen wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. Das siebte Schiff ist komplett aus Elfenbeinen. Und die Bettwäsche wird alle zwei Seemeilen gewechselt. Und die alte wird verbrannt oder so. Hier, und hier drin, das ist auch toll, in dem Umweltbericht von TUI Cruises von 2019, da steht auch hier, CO2-Ausstoß ist gesunken pro Passagier. Aber, Moment, Moment mal. Insgesamt sind die klimaschädlichen Abgase der TUI Cruises Schiffe gestiegen. Innerhalb von einem Jahr um fast 11%. Die Emissionen steigen, weil immer mehr fucking TUI-Schiffe unterwegs sind. Bei solchen unbequemen Fakten braucht man als TUI Cruises Geschäftsführerin natürlich Nerven aus Preussackstahl. Steigen denn die Treibhausgase durch die Kreuzfahrt oder sinken sie? Das kann ich Ihnen so nicht behandeln. Es gibt keine, das müssen wir mal rausnehmen, da gibt es keine Messung. Man kann nicht sagen, die Treibhausgase oder dies oder jenes. Es gibt ja einen Treibstoffverbrauch durch die Kreuzfahrt. Und es gibt einen weiteren Energieverbrauch. Man kann schon messen, ob der Treibhausgasausstoß durch die Kreuzfahrt sinkt oder steigt. Also sinkt er oder steigt er? Äh, naja, Sie haben durch mehr Schiffe, äh, nee, die möchte ich nicht beantworten, die Frage. Na, die Frage würde ich auch nicht beantworten wollen. Apropos Fragen beantworten. Tuujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj zwei marion aus dortmund mit zwei eiern und die lara hat erst ein eier das kann sich aber alles nach frage zwei ändern und hier kommt sie frage zwei von tujujujuju das traumhafte urlaubsquist spannungsmusik schätzfrage wieder bitte schreibt auf eure tafel wie hoch ist der höchste berg kretas der psiluritis wie hoch ist der höchste berg kretas der psiluritis wenn auch sie meine damen und herren daheim probleme mit psiluritis haben trinken sie einfach jeden tag sieben liter wasser oder probieren sie mal kortison ist ein körpereigener stoff der hilft im grunde genommen gegen alles so wie hoch ist der höchste berg kretas der psiluritis spannungsmusik ist reicht jetzt ihr habt genug zeit gehabt marion du bist wieder die erste was meinst du wie hoch ist der höchste berg kretas 3400 meter 3400 meter wie wie kommst du darauf ist doch hoch ist vielleicht zu hoch wir werden sehen lennart simon ja ich habe 2015 2050 meter und lara 2700 2750 meter und der psiluritis auf kreta der höchste berg der insel ist haltet bitte mal ganz kurz eure zahlen hoch damit ich sehen kann wer gewinnt ist 2456 meter wenn ich jetzt richtig gerechnet habe ist also auf platz 1 die lara auf platz 2 der lennart simon und auf platz 3 die marion moritz drei eier für die lara bitte nur drei eier rausnehmen und einfach reintun zwei eier für den lennart simon moritz moritz kommt noch mal ganz kurz her zeigt noch mal ganz kurz den leuten woraus du denn die schildkröten eier servierst aus einem echten schildkrötenpanzer ist das nicht schön wir lieben schildkröten und gleich die alles entscheidende dritte frage es wird eine schildkrötenfrage da gibt es mehr eier zu gewinnen ist also noch alles offen wer wird die traumreise gewinnen hier gleich bei kreuzfahren meine damen und herren kreuzfahrten sind natürlich eine katastrophe für die umwelt das weiß jeder egal wie viel greenwashing tui betreibt deswegen hier will ich nicht kreuzfahrten nein kein bock drauf muss nicht sein denn wir können ja auch fliegen mit tui da gibt es nämlich keine unangenehmen überraschungen oder tui ist zur führenden fluggesellschaft für abschiebungs charterflüge im auftrag des britischen in ministeriums geworden das war 2020 wenn wegen corona die flugzeuge leer bleiben da müssen die plätze eben anders gefüllt werden tui war die nummer eins für abschiebeflüge aus großbritannien innerhalb von zehn monaten hat tui rund 30 abschiebeflüge für das britische ministerium durchgeführt es ist einfach ein sympathischer laden naja aber immerhin machen die russen nicht mit bei tui ein oligarch rette tui ohne den beitrag des russischen multimilliardärs alexei mordaschow wäre tui der drohenden pleite kaum entgangen oh mein gott oh mein gott oh mein gott giftgas nazi bomben umweltzerstörung menschen abschieben und russen tui hat kniffel 50 punkte 34 prozent von tui gehören dem russischen oligarchen alexei modaschow blöd für tui ist jetzt nur russische oligarchen wie alexei modaschow sind leider richtig dicht dran am kreml und darum ist seit dem russischen angriffskrieg auf die ukraine ist wie sag ich es ja es ist ein bisschen schwierig so jemanden im konzern zu haben eu erlässt sanktionen gegen aktionär alexei modaschow nerv sanktionen gegen den mann dem 34 prozent von tui gehören darum hat alexei modaschow den großteil seiner discover your smile aktien last minute bevor die sanktionen griffen an eine firma auf den britischen jungferninsel übertragen und wer steckt hinter dieser firma ehefrau von oligarch modaschow ist jetzt tui großaktionärin was für ein seriöser business move es gibt nur ein business move da draußen der noch seriöser ist hit me wann werden eigentlich deutschrapper die für zahnbleaching werbung machen auf sanktionslisten gesetzt ey tui für die ukraine spenden aber zu einem drittel in den händen einer russischen oligarchen familie sein ey discover mal langsam dein fucking smile und mit dieser fröhlichen stimmung schnell zurück zu ja jetzt wird ernst das große traumhafte urlaubsquiz das jetzt kommt die letzte frage die letzte frage ist eine schildkröten frage habt ihr bock auf den traumurlaub habt ihr lust in urlaub zu fahren mit tui also noch mal ganz kurz die schildkröten frage das bedeutet dass es diesmal mehr punkte gibt wer am schlechtesten tippt bekommt nur ein ei wir haben zwei schlechtesten tipp zwei eier und wer am besten tippt wer also am nächsten dran ist an der richtigen zahl der bekommt dieses mal fünf eier also ich würde sagen wer jetzt gewinnt der gewinnt das spiel und hier kommt auch schon die frage drei die alles entscheidende schildkröten frage bitte genau zu wie viele von 1000 schlüpfligen der meeresschildkröte erreichen das erwachsenenalter von 1000 geschlüpften schildkröten wie viele erreichen das erwachsenenalter das ist die zahl zwischen null und 1000 die er eintragen müsst und das könnte für euch das goldene ticket sein in einem tollen preußsack urlaub einfach sonnencreme mitnehmen sicherheitshalber eine gasmaske ihr habt getippt spannungsmusik aus dann fangen wir vielleicht bei dir mal an lara bitte dein tipp 150 erreichen das erwachsenenalter lass ruhig halt ruhig das schild oben damit wir das sehen lennart simon sagt 33 und marion 1000 ok und die richtige lösung lautet auf die frage wie viele von 1000 schlüpfligen der meeresschildkröte erreichen das erwachsenenalter und ich glaube wir haben eine gewinnerin oder einen gewinner die richtige lösung lautet halt noch mal dein schild hoch bitte marion eins eine eine einzige und damit hat gewonnen lennart simon einmal fünf tu noch mal rein nimm dir fünf raus du darfst dir zwei rausnehmen und die marion eins wir zählen mal durch hier eins zwei drei vier fünf sechs für die lara das ist platz zwei vier für die marion und eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn schildkröteneier für lennart simon unser gewinner kommen wir nach vorne kommen wir nach vorne einen großen applaus für lennart simon aus dortmund lennart simon du hast sie gewonnen die tolle traumreise nach kreta für zwei personen im wert von über 2000 euro fast hast du diese traumreise gewonnen du musst nur noch die alles entscheidende frage beantworten möchtest du überhaupt mit tui in urlaub fliegen möchtest du diese tui reise antreten das ist eine schwierige frage ist eine reise eine wunderschöne reise im wert von über 2000 euro für zwei personen all inclusive reisezeit kannst du dir aussuchen eine person deiner wahl ich würde sagen nein bist du bescheuert bist du bescheuert ernsthaft weiß ich nicht aber du kannst du kannst du doch stopp mal ganz kurz du kannst dich doch jetzt nicht individuell verantwortlich dafür fühlen dass was tui scheiße du bist doch nur ein endverbraucher warum nimmst du die reise denn jetzt nicht an weiß ich nicht weil dann fühle ich mich schlecht die ganze menschen wir haben die reise wirklich du musst es nur nehmen ohne schlicht also ich hätte es gemacht aber ja komm tolles